Manchmal sucht man einfach eine neue Herausforderung. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Innerhalb kürzester Zeit gleich loslegen. Pünktliches Geld und ein sicherer Job. Es gibt einen Punkt bei vielen Menschen, wo die sagen, ich muss gewisse Sachen ändern. Und dieser Punkt war bei mir mit 50. Ein Bekannter hat mir erzählt, dass sie Quereinsteiger suchen. Das ist doch spannend, aber als Kind schon mal cool. Ich hatte ja irgendwann eine Eisenbahn zu Hause. Ich gehe nicht zur Deutschen Bahn, weil ich an die Rente denke, sondern ich möchte etwas erleben und leisten. Als ich die Annonce gelesen habe, dachte ich, die ist wie auf mich zugeschnitten. Und da bewerbe ich mich. Als Quereinsteiger bekommt man dann gleich das volle Gehalt. Bei mir hat die Ausbildung wenige Wochen gedauert. Als erste Klasse-Steward bedient man die Fahrgäste am Platz. Und der nächste Schritt ist dann der erste Steward-Bord-Gastronomie. Da ist man Chef im Speisewagen. Jeden Tag in anderen Städten sein. Die Abwechslung ist toll. Man muss viel Theorie lernen. Gibt ja für alles Regeln. Wie verhalte ich mich, wenn irgendwas unplanmäßig läuft. Im Simulator kann man super üben, wie Störungen einzugrenzen sind. Das muss man halt alle lernen. Kommen die Prüfungen unter? Ich habe sie mal in der ersten Anlauf geschafft. Man muss schon bei der Sache sein. Man macht in einer Stunde 60.000 Leute im Jahr vielleicht vielleicht. Macht mich schon stolz. Ich habe hier viele Möglichkeiten. Bis heute habe ich nur nicht eine Minute bereut, hier hinzukommen. An der Information im Servicebereich ist das Einzige, den Kunden so angenehm wie möglich zu machen. Wie ist die Verbindung, die Umstiegsmöglichkeit? Wenn die Kunden genervt zu uns kommen, wenn wir starke Verspätung haben. Ich verstehe das selber gar keine Frage. Wenn das dann alles klappt, dann ist das für mich, wo ich sage, ja siehste, hast du deinen Job eigentlich ganz gut gemacht. Für mich war es gut, was Neues zu lernen, was Neues zu sehen. Als Fahrtdienstleiter bin ich für die sichere und pünktliche Durchführung der Zugfahrten verantwortlich. Jeder Knopfdruck von uns hat reale Auswirkungen. Ich mag, dass ich Verantwortung brauche. Es gibt das Gefühl, dass das, was ich mache, auch wichtig ist. Die Deutsche Bahn gibt mir Sicherheit. Ich möchte das gleiche für die Fahrgistik. Wir brauchen Lokführer, gute Lokführer. Es liegt an dir selber, dann stehen dir alle Wege offen. Das hat mit dem Alter nichts tun. Jeder hat eine Chance. Ich will den besten Neustart. Jeden Tag. Du auch. Du auch.